Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind ja hier bei unserem Planet Hype stehen geblieben. Da geht es natürlich gemütlich weiter, denn heute gucken wir uns das Ganze nur von innen drin an, denn jetzt ist natürlich die Tour. So, aber ich würde sagen, bevor wir reingehen, gucken wir uns einmal das Gebäude an, was ich so ein bisschen daran verändert habe, und zwar auf der Rückseite. Ich habe es ja angesprochen, von daher habe ich es ja dann jetzt auch gemacht. Und zwar habe ich hinten noch ein paar Fenster reingebaut, kam natürlich darauf an, wie man sieht, das Ganze in irgendeinem Einrichtung, so passt man sich natürlich die Fenster an. So habe ich hier vorne natürlich so ein kleines Fenster und habe mir gedacht, hier an der Seite machst du noch so ein kleines Regenrohr hin, um diese Fläche halt auszufüllen. Ihr wisst es ja, sieht immer doof aus, wenn man große, gerade Flächen an Gebäuden hat, die kann man ja immer so ein bisschen verkleiden mit Pflanzen oder Regenrohren oder Fenstern, die natürlich da ein bisschen fake sind. Da kann man sich auch ein bisschen was überlegen. Ja, aber ansonsten habe ich draußen an sich nichts mehr verändert, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken uns das Planet Type von innen drin an. Und da kommen wir hier einmal rein, dann habe ich mir erst mal gedacht, hm, machst du jetzt überall so ein Essbereich hin oder machst du noch so einen kleinen Wartebereich hin, falls das kleine Type, das ist ja jetzt neu auf, dann müsste die Bude ja richtig knapp voll sein und dann heißt es natürlich warten für die Leute, die natürlich etwas zu spät kommen und das finde ich immer doof, wenn man draußen vorm Lokal stehen müsste. Also kommt man in die gute Bude rein und kann sich hier vorne einfach ein bisschen hinstellen, falls denn irgendwann mal hier ein Platz frei ist. So, wir gehen jetzt hier einfach mal rein in die gute Bude und können uns hier natürlich einen Sitzplatz aussuchen. Jetzt gibt es natürlich zur Wahl einmal an die Wasserfront oder natürlich an die Stadtfront, wie man halt gerne immer sitzen möchte. Ja, ansonsten hier noch überall so ein bisschen ein kleines Deko hin platziert. Natürlich ein paar Pflanzen dürfen in einem Lokal immer nie fehlen und ja, dann würde ich sagen, kann man sich natürlich hier einmal gemütlich hinsetzen. Ich entscheide mich einfach mal für die Stadtseite und wenn man dann sein Essen irgendwann mal bekommt, kann man auch mal nach oben gucken und in Planet Type habe ich mir einfach mal überlegt, es gibt ja in der Folge des Simpsons keine Vorlage, wie es innen drin aussieht. Und da habe ich mir dann einfach mal gedacht, ich mache in Planet Type einfach ein kleines Universum über uns, so ein bisschen Weltall. Denn wir haben hier oben drauf so eine Kuppel uns drauf gesetzt und ich fand das halt irgendwie doof, die komplett gerade zu machen. Und da dachte ich mir, ich mache so ein kleines 3D-Werk hier rein. Man könnte natürlich so sehen, ey, das sieht ja aus wie eine gerade Decke. Durch diesen schwarzen Beton sieht das halt alles gerade aus. Man sieht halt nicht jetzt, dass das irgendwie so einen Hohlraum hat. Und da kann man sich natürlich so, und ich habe jetzt einfach mal die neuen Blöcke verwendet, also diese Akquisator, wie man das auch mal gerne nennen möchte. Und habe ja einfach mal so hingemacht, das sollen so ein paar Sterne oder Planeten darstellen, die natürlich Millionen von Kilometern weit weg sind. Und natürlich ist dann oben noch eine kleine Raumsonde oder Raumstation von uns, die da so ein bisschen rumschwirrt. Man kann natürlich, du bist hier natürlich ein, du bist hier natürlich ganz anders auch bauen. Aber ich fand einfach auch mal so cool, mal so ein kleines 3D-Modell hier oben als Decke zu machen. Ich finde, wenn man jetzt einfach so zum ersten Mal hier reinkommt, man könnte echt denken, das ist so draufgemalt, so glatt. Und man kommt gar nicht drauf, dass das natürlich hier, wenn ich jetzt hochfliege, man sieht es ja denn, dann ist ja die Illusion weg, der halt so ein 3D-Modell ist. Und ja, auch mal was Neues, mal Fanziges mal ausprobiert. Und ich finde es auch eigentlich relativ sehr gemütlich gehalten, hier mit den, ja, sag ich mal, hellen Tönen sich das Ganze hier so ein bisschen eingerichtet zu haben. Ja, aber hier gibt es nicht so gerade viel zu sehen. Wir gehen jetzt einfach mal in die Küche. Und in der Küche, poah, haut es sich um, wie es hier natürlich aussieht, ist natürlich hier hinten so ein bisschen reingehauen. Denn, ja, mehr Platz bietet das Gebäude an sich nicht. Sonst müsste man draußen noch ein bisschen was verändern, aber das wollen wir natürlich nicht. Aber in dieser Küche ist eigentlich alles drin, was man braucht. Hier sind noch ein paar Vorratskisten. Mit ein bisschen Obst und Fleisch oder was weiß ich, was da alles so drin sein könnte. Die kann man natürlich hier gleich in den Kühlschrank einpacken. Da bedienen wir uns gleich mal. Was gibt es hier raus? Ups, da gab es ein Getränk. Und hier ein Hühn. Ach nee, was ist das? Ein Kaninchen ist das. Das können wir uns aber auch gleich fertig machen. Oh, hier liegt noch was zu essen. Na, na, na. Wer packt denn das hier auf den Boden? So, können wir uns einmal hier aufmachen. Wird dann schon gebrutzelt. Ja, aber in der Küche ist eigentlich alles drin. Ein Waschbecken ist drin. Ein paar Kuchen, die schon fertig sind für rausgehen. Ein paar Materialien hier noch zum Kochen. Teller sind natürlich dabei. Eine Kaffeemaschine, meine Freundin, muss in der Küche dabei sein. Ohne Kaffee läuft hier gar nichts. Und dann gibt es hier natürlich noch einen schönen Ofen. Der ist natürlich hier an, auch voll, ja, voll Grat hier gestellt. Huch, hab ich mir auch einen rausgeholt. Ja, damit natürlich auch jeder was kriegt. Und das natürlich auch flott hier von den Beinen geht. Ja, ansonsten hier noch so ein kleiner Mülleimer. Da kann man immer Blumentöpfe nehmen für Mülleimer so an sich, wenn du ihn auf den Boden stellst. Wenn bei mir ein Blumentopf natürlich dann irgendwie oben steht, ist es bei mir immer ein Trinkbecher. Also man kann den Blumentopf immer für mehrere Sachen halt auch in Minecraft immer sehr gerne verwenden. Man muss nur aufpassen, dass man ihn halt nicht verwechselt, ne? Ja, ansonsten haben wir hier noch so einen kleinen Sitzplatz für unseren Koch. Falls er mit dem ganzen Kochen ja irgendwann mal fertig ist, Feierabend hat, dann kann er sich auch mal hier kurz hinsetzen und außen, bevor er dann nach Hause geht. Und das ist halt unsere Küche. Mir fällt aber auch auf, ich habe hier gar kein Fenster reingemacht, also unser Koch ist echt ohne Fenster drin. Der muss ja echt stehen. Hätte er die Abzughagelung nicht hier, um diesen ganzen Dampf und Geruch hier abzuziehen, denn glaube ich, würde man hier ganz schnell auch nichts mehr sehen. Ja, aber ich würde sagen, dann gehen wir hier aus der Küche raus und dann sind wir mit dem Planet Hype auch fertig. Ja, so habe ich mir das Planet Hype eingerichtet. Wie gesagt, alles meine Idee, von den Simpsons wurde ja leider nichts vorgeheben und da komme ich noch einmal kurz nach draußen, denn wir müssen ja noch was auflösen. Und zwar hatte ich ja in der einen Folge gesagt, hier vorne haben wir ein Auto reingebaut. Ich weiß ja nicht, hast du dir die Folge schon angesehen, ansonsten verrate ich es dir jetzt einfach mal. Und zwar ist dieses Auto ja nicht gewollt, denn in der Folge, wo Homer und Marge ja dran vorbeigegangen sind, und da ist auf einmal dieser, ich glaube, Maulwulfsmann heißt der, ne? Maulwulfsmann? Maulwulfsmann? Oder irgendwie so ein Rentner, ist dann hier noch so vorgekrabbelt vom Auto und hat noch so um Hilfe gerufen. Der ist da reingefahren. Wie er es geschafft hat, am Pier da reinzufahren, hier voll rein zu crashen, weiß man natürlich nicht. Ich habe jetzt beim Einrichten natürlich jetzt die andere Seite vom Auto nicht gebaut, weil... Ich weiß nicht, ich fand das jetzt nicht so prägig, das Auto von der anderen Seite auch noch reinzubauen. Und von da habe ich mich dann natürlich für unser Universum entschieden, das einfach mal da so reinzusetzen. Aber so ist das Auto drin, das ist nicht gewollt drin, aber ich finde es eigentlich relativ fetzig, dass da noch ein Auto vorsteht. Ja, und das ist halt das Planet Hype. Jetzt ist natürlich die Frage, was bauen wir als nächstes? Am Pier wollte ich jetzt erstmal nichts mehr bauen, aber ich habe so ein bisschen Lust bekommen, beim Planet Hype halt, weil jetzt ein bisschen Universum noch raus ist, mehr so auch in die Raumfahrt zu gehen. Und bei den Simpsons gab es auch eine Folge, wo Homer ins Weltall gegangen ist. Oder mehr so kurz geflogen ist. Und da habe ich mir gedacht, bauen wir so ein NASA Zentrum mit so einer Rakete, vielleicht auch nur eine Raumstation. Muss man mal gucken, was es bei den Simpsons alles so gab. Und dann versuche ich mal, das Ganze mich da ranzusetzen. Da habe ich mich auch ein bisschen mit gegrübelt, was ich machen wollte. Ich wollte erst ein Zoo bauen, den Springfield Zoo und dann auch noch den Springfield Wasserpark. Und dann dachte ich mir so, ah, da hat er doch nicht so Lust drauf. Was gibt es denn noch so in Springfield? Und ja, ein NASA Zentrum. Das ist auch mal was Cooles, dass wir ein bisschen mehr den Himmel erkunden. Mal gucken. Da würde ich mich dann am liebsten nicht gleich heransetzen. Angefangen habe ich damit noch nicht. Da wollte ich erst mal ganz gemütlich machen. Wir haben zurzeit sommerliche Temperaturen, meine Freunde. Und da ist das Ganze immer, da ist es warm, mal lästig Zeit und alles immer mit der Ruhe. Ja, aber natürlich kannst du auch gerne immer was vorschlagen. Wenn du meinst, irgendein kleines Gebäude muss ich noch irgendwo zwischen hin, vielleicht auch am Hafen oder in der Innenstadt, kannst du natürlich immer gerne vorschlagen. Und dann gucken wir mal, ob wir das natürlich davor auch noch gebaut bekommen. Dann fürs NASA Zentrum nehme ich mir wieder ein bisschen Zeit. Dann möchte ich mir das Ganze dann in Ruhe angucken, ein bisschen bauen. Und dann halt, dass ich es halt so gut es geht, halt für euch zurecht mache. Und dann muss ich natürlich auch mir überlegen, wo das Ganze hin sollte. Ich habe da auch noch nicht so einen Vorschlag, wo das Ganze hin muss. Und vielleicht hinten bei Crustyland irgendwo in der Nähe. Ja, müssen wir mal gucken. Aber ansonsten war es das Ganze hier. Das Planet Hype ist fertig. Und dann würde ich sagen, stelle ich mich vor und einfach safety hin. Wir hören uns in der nächsten Folge. Und ansonsten war es das Ganze hier. Und dann sage ich nur eins zu euch. Und zwar ganz einfach, ihr wisst es. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020